Nein, es war nur Eisen. Schon wieder. Du hast ja auf dieser Welt kein Kupfer. Hm. Also gefühlt. Das ist schlecht. Scheiße, habe ich Essen dabei? Ich habe kein Essen dabei. Hier ist irgend so ein Wicht über unsere Maus. Da ist doch Kupfer, oder willst du behaupten, das wäre auch Eisen? Ich baum das mal gar nicht. Ich habe beim Spiel geredet. Aha. Es ist Kupfer. Tja. Sehr gut. Das heißt, eine Quest können wir schon mal abschließen. Ich brauche Cobblestone, wo bekomme ich Cobblestone her? Ich bin mal eben auf dein Schiff. Könnte das die Cobblestone sein? Den musst du, glaube ich, machen. Und woraus mache ich den? Wahrscheinlich aus Stein. Nein. Warum bist du unterhalb von... Ich habe uns ein Dreckshaus gebaut. Ich frage gar nicht erst warum. Wooden Gate kann ich machen. Ich brauche noch Timber. 10 von 15. Was? Ich brauche noch mal. Ich brauche noch mal die Mission fertig. Bei uns ein hübsches Haus. Aus Dreck. Was verpackt im Dreck. Ist ein Unterschied. So, hier. Gun Gate. Vielleicht kann ich Timber hier. Ah, kommt es unten. Oh, Wood Plattform. Ich kann jetzt Sachen machen. Oh, wo ist ein Timber hier? Tim... Ah. Hier wird es dann so nachts. Ah, da oben war die Quest. Eine Tür. Schön. Ich habe doch hier gerade was. Ja. Hm, das ist sauer. Tür. Kann ich das noch mal öffnen? Ach, das ist ein Manipulator Upgrade. Okay, ich mache einen Hinderniskurs, weil ich spiele hier das tatsächliche Spiel, während du Minecraft draus machst. Ich baue uns ein schönes Haus hier. Und ich habe gerade eine neue Fähigkeit freigeschaltet, während du... Warum das meine ich hier? Warum das das meine ich hier nicht? Ich mache es uns sehr schön mit jedem und du... Spielst du das Spiel? Man muss ja meckern, ja. Ich finde es heute ein bisschen seltsam, dass du aus jedem Spiel gefühlt Minecraft machst. Jetzt zwei Stühle für uns. Jetzt zwei Stühle für uns. Die können wir uns hinsetzen. So geht, ich kann jetzt so eine Leiter machen. Hinsetzen. Mögen. Ich brauche die Zimperführe. Okay. Ach... So. Ich brauche die Leiter machen. Das war ja auch schon, nicht so gut. Oh, man kann nur den Titel das gut piensen sehen, dass du das überhaupt nicht mehr als ein paar Sachen sobald ich jetzt, wenn du dann, wenn du dann auch etwas sobald ich jetzt mal wieder etwas zu machen. Sobald ich jetzt hast, wie ich jetzt fertig bin. Ich habe jetzt 40 Treppen. Ich baue jetzt ein Treppenhaus. Hm. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Oh no! und das ist auch schon sehr schön mit mit ohne irgendwas freigeschaltet zu haben sieht schon ein bisschen heimlich aus so muss das doch so ok es ist eine einzelne stufe auch interessant stufen mehr stufen das leben und auch noch gar sind Können Sie eigentlich Fackeln machen? Wüsstest du, oder? Wüsstest du. Torch heißen sie nicht, oder? Du hast glaube ich nur Holz dafür. Wo finde ich die? Eben Crafting Menü. Wooden Chair habe ich hier, Wooden Table. Wie heißen sie? Torch, so wie jede Fackel auf Englisch Torch heißt. Hm. Ach hier. Da brauche ich eine Kohle für. Ich nicht habe. Im Ofen ist keiner. Null. Wir kriegen jetzt Kohle her. Mit dem du Kohle suchen gehst. Hm, da wird wieder Tag. Ich glaube ich bin gestorben. Glaubst du, oder bist du gestorben? Bin ich ganz sicher. Ich komme einfach mal zu dir. Du hast da so einen dicken Freund hier. Ja. Hey, guck mal eben her. Kannst du das hier auch? Und welche Taste machst du es? Doppelt A oder Doppelt D? Nee, kann ich nicht. Ja, das liegt daran, weil ich tatsächlich das Spiel spiele im Gegensatz zu dir. Mhm. Dann schaltet man auch wirklich Sachen frei, die man dann kann. Tja. Gut. Und du? Mach nicht das Haus kaputt. Wir müssen auch hier irgendwie durchkommen. Ich habe hier ein mühseliges Haus aufgebaut und du machst es wieder kaputt. Ja, weil du an... Typisch, typisch. Sich in den Eingang mitgedacht hast. Wir kommen hier nämlich sonst irgendwo hin. Mach einfach das Regal kaputt. Ist doch egal, das war eine Treppe. Das war ein Regal. Ich baue mich jetzt hier durch den Berg. Ich kann noch Leitern bauen. Treppen meine ich. Hier. Ich baue eine Treppe rauf auf dem Berg. Oh, scheiße. Ich habe es gesehen. Ich habe ihm eine Brücke gebaut, damit runter. Ich habe ihm eine Leiter gebaut. Mein Zeug. Das ist da so ein Alien. Achtung, Alien bei dir. Wie gesagt, zu dir kann ich aber damit umgehen. Beziehungsweise ich kann kämpfen. Weg. Ich glaube der Baum muss jetzt mal weg. Der Baum muss weg. Du machst dir die ganze Zeit Mühe. Ich brauche ja noch eine Treppe hoch. Keine Sorge, ich schalte uns schon Sachen frei. Ich sehe es halt echt, am Ende habe ich irgendwie so einen riesigen Roboter-Hartanzug und sowas. Du hast gerade Stein gefunden. Schalzt dir Sachen frei, meinst du? Man teilt sich die Sachen nicht. Von daher, du musst die Quests auch machen. Wenn du das Zeug willst. Tja. Wenn du deinen Zuschauern keinen Mehrwert bieten willst, ist das nicht meine Schuld. Ob du in einem Survival- und Crafting-Spiel mit RPG-Elementen das Spiel spielen musst? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, wenn du es anders haben wolltest, dann hätten wir auch einfach Minecraft spielen können. Vor allem, du wolltest Herraria spielen. Herraria besteht eigentlich nur daraus, Bosse zu töten. Hm. Also, ich glaube, du hast ein bisschen ein falsches Bild von diesen Spielen. Nö, aber... Au. Das war tot. Ich nutze das Spiel halt zu meinen eigenen Zwecken. Ja, aber das ist halt genauso wie in Subnautica einfach nur 10 Stunden lang Basis zu bauen und dann sagen, okay, das Spiel ist durch. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dafür ist es doch, wenn es geht. Oh. Danke, dass du mein Zeug mitnimmst. Unser Zeug. Passt schon, ich habe hier auch Sachen gefunden. Tomaten. Oh, ich habe ihn, glaube ich, tot geboxt. Aus Versehen. Na ja. Was ist denn die nächste Quest? Die... Wir müssen nach wie vor diese Scheiß-Stationen machen, aber dazu brauchen wir erstmal besser das Equipment, würde ich sagen. Okay, und wie kriegen wir das bessere Equipment her? Ja. Indem wir das Spiel spielen und erkunden. Oder uns im Zweifel Sachen craften. Deshalb nehme ich auch Eisen und so weiter mit. Ähm, Mordi? Okay. Das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Was macht der Craft da? Hast du das auch gesehen? Ja. Wie gesagt, das ist nicht mein Problem. Der hat ein bisschen gewackelt. Da war ein bisschen überhelflich beim Abbauen. Der hat ein bisschen gewackelt. Da war ein bisschen überhelflich beim Abbauen. Ich habe hier Weltraumpiraten. Aha. Warte, ich komm zu dir. Mit Pistolen. Und Shotguns. Und ich glaube, ich mache sie gerade fertig. Aha. Oh, Weltraumpiraten. Okay, die haben mich. Ich weiß, wo sie sind. Ich habe sie getötet. Ja, weil ich die 90% mit dem Hammer erledigt habe. Aber alles gut. Wir sind noch Zepplings. Ich habe deine Zeug aufgesammelt. Ich hatte keine Sohn. Ich bin noch mal so frei. Oh, Darts. Hey. Vor allem das wichtige Zeug verliert man sowieso nicht. Von daher. Ist doch eigentlich egal. Das ist ein Nagerfeuer. Das war wahrscheinlich von denen. Ja, kannst du ja mitnehmen. Kannst du ja alles abbauen. Ich habe reis gemacht. Nice. Mh, gebacken Reis. Light and fluffy. Dass du die Sachen hier nie mitnimmst. Welche Sachen? Die überall auf dem Boden liegen. Oh, das war ein Kirschbaum jetzt. Kirschbüten geregnet. Ist das coole dort? Ah, das ist coole. Ja, sehr gut. Könnte ich vergessen machen. Oh, hier ist eine Brücke. Und riesige Blumen. Mhm. Warte, ich komme gleich. Ich mache es in Cola. Okay, das ist definitiv ein neues Gebiet. Ja, das ist eine Brücke. Ich mache es in Cola, ich habe es in Cola. Ich habe es in Cola, ich habe es in Cola. Ich habe es in Cola, ich habe es in Cola. Ja, das ist es so. Das ist, was ich mache. Aber eigentlich ist das, was ich nicht so gut mache. Und das ist es so. Es gibt ja noch ein kleines Bauchschmutz. Okay, da habe ich auf jeden Fall was gesehen. Mhm. Ah, es war... Oh doch, da unten. Ich wusste auch, da ist eine Höhle. Und eine leere Höhle. Nice. Okay. Ich kann theoretisch jetzt 73 Lagerfeuer machen. Dann mach doch mal 73 Lagerfeuer, die bringen ganz sicher was. 10 reichen mir auch. Mensch, so sparsam, wo man doch eigentlich nur eins braucht. Kann ich nicht. So, was habe ich jetzt? Ich habe 146 Fackeln und 10 Lagerfeuer. Also sehe ich gerade nicht, was man dafür braucht. Wenn du so einen Fackeln brauchst. Nee, danke, ich bin gerade im Blumengebiet. Hm. Sieht sehr schön aus. Jetzt bin ich, glaube ich, im bösen Waldgebiet, oder? Nein. Ich sah nur so aus. Oh, NPC gefunden. Oh, nice. Ich würde zu dir kommen, aber... Ah, Fragmente, das heißt Bosskampf-Zeug hier. Warte, ich komme zu dir. Warte, ich komme zu dir. Dieser Welt. Warte, dieser Welt. Warte, dieser Welt. Noch nicht. Also noch ist alles cool. Soll ich 166 Fackeln? Oh, was ist das hier? Upgrade-Modul. Oh, die Blumen. Jetzt bin ich auch bei den Blumen. Ich bin halt so viel weitergegangen. Ich pflückte hier gerade eine Blume. Es dauert. Das sind Zepplings. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, den Boss hier kennen wir schon. Was für ein Boss? Es sieht hier sehr stark nach dem Maulwurf aus. Also ich bin auch nicht bei ihm, aber... ...kommt mir irgendwie bekannt was. Stimmt, irgendwie. Den Bosskampf haben wir bei dir gemacht. Ja. Ist ja auch eine Startwelt hier, ne? Weil eigentlich ist ja geplant, dass man... ...gute Arbeit... Na toll. Keine Sorge, ich habe dein Zeug. Kann ich meine Fackeln bitte wieder haben? Äh, wo sind denn Fackeln? Äh, wo sind denn Fackeln? Ah, hier. Du hast nur drei. Ich hatte 166. Ich hatte 166. Dann ist die Hälfte wahrscheinlich weg. Oh doch, die habe ich jetzt. Die sind da geblieben. Da habe ich mich genommen. Ah. Oh, dann waren das wahrscheinlich meine Fackeln, die drei. Ich habe mich schon gewundert, weil meine Fackeln hinten sind. Ja. Hier ist... Hier ist der Maulwurf. Exakt der. Ich... Ich erleuchte erstmal ein bisschen. Weißt du, wir gehen erstmal links lang? Fragezeichen. Ich wollte gerade den Boss besiegen, ja. Äh, kannst du? Ich würde erstmal die Kisten hier looten. Mach deine Fackeln aus. Warum? Weil es geht. Ja, aber warum? Es ist doch vollkommen sinnlos. Wir brauchen hier noch Licht. Rechts oder links? Wo wollen wir nach? Ich würde sagen links, weil rechts ist der Boss. Äh, rechts, weil links ist der Boss. Ich wollte gerade sagen. Äh, ich habe noch B-Packs. Der bräuchte ich mir ein paar davon. Ich habe nur... Ich habe nur zwei. Das ist Mist. Vor allem kannst du die doch selber craften. Und wo das? Ich mach mir einfach mal 55 Stück. Ganz groß. Kannst du mir ein paar davon abgeben? Ja, ich weiß auch nicht, was... Ich weiß nicht genau, was man dafür braucht, weil... Ach doch, da, wenn man... Ach, Pflanzengewebe nur. Boli. Kannst du mir ein paar abgeben? Äh, äh, wir... An den Kisten können wir das gleich machen. Hier muss doch eine Kiste. Ich muss jetzt im Stuhl. Sie waren doch schon mal. Da sind wir gerade hergekommen. Vor nicht mal 10 Sekunden. Ja, aber den Stuhl, den habe ich dort beim letzten Streaming gestellt. In diesem Bosskampf haben wir also schon mal... gehabt. Nein, der... Das ist nicht dein Stuhl. Sicher? Ja. Oh, scheiße. Ich musste dir einzeln sortieren, oder was? Jetzt ist es mein Stuhl. Ich gebe dir einfach mal 15 Medipacks ab. Legen hier in irgendeiner Kiste. Herzlichen Dank. Und so wollen wir den Maulwurf nochmal besiegen, oder? Können wir? Ja. Ich würde erstmal die Mini hier rechts machen, weil wir... die haben wir noch nicht. Na dann. Au. Au. Ne, aber so drecksfähig. Die Gegner hier sind ein bisschen stärker als bei mir. Abstraining, Bruder, das ist für dich. 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 Und wir setzen die Mini Packs ein. So wie du alles einsetzt, aus dem Inventar rauszuziehen. Das ist gut, wenn ich sie hier habe. Ich packe es mir mal eben auf den Quick Slot. So mit R kann man es gut machen. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen Holz zu fackeln. Das heißt, ich habe hier fackeln. Ich habe hier fackeln. Ich habe hier fackeln. Ich habe hier fackeln. Ich habe hier ein bisschen Holz ab. Besser man hat es, als man braucht es. Jetzt kann ich fackeln. 20 Stück. Ist nichts drum. So fackeln kann ich mir auch. Warum habe ich Wanderhosen? Warum habe ich Wanderhosen im Inventar? Keine Ahnung. Kann sein. Ich komme hier nicht mehr raus. Da wäre es da so lang. Ich würde sagen, weil den Rest kennen wir ja. auch 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 die man hier ist schaden also fast ja hier ist doch gut das bin ich absolut gar nichts das sieht doch gut aus das neil und ich habe eine große kiste gefunden das ist eine fliedermaus die sich angreift ja ich weiß das habe ich gesehen mit einem übergroßer zunge alles gut ich nehme einfach medipack das heilt schon hm hast du die kisten schon genutzt oder was wenn sie leer sind war ich schon dran wenn sie leer sind war ich schon dran take all take all medipack nochmal eins komm ich jetzt hier runter ach so hier ich nehme ein paar stühle mit dann sehen wir auch die gegner die hier sind ich nehme die stühle mit au hey meine stühle ich bin nicht durch der hammer ist eine wirklich gute waffe fackel 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 hier ist ein aufgang hier ist ein camp wir wollen also erstmal zum camp und nicht erst da lang ich gehe erstmal da lang oh kisten ich gehe mich hier gerade heilen du hast doch medikits im inventar ich muss doch keine medikits verschwenden wenn ich mich hier im camp heilen kann so verschwenden dich die digger kannst du super billig machen die störung habe ich immer noch nicht ganz drin ich auch nicht ich habe übrigens auch ein camp gefunden oh hier sind Fledermäuse hier sind wir Leckmäuse nehmen wir noch eins von den 42 medikits die ich habe hier ist so ein Viech mach's an der molly keine sorge es macht weniger schade als ich heil fackel hier ist irgendwas Kiste hast du nicht gelootet da waren 15 Fackeln drin äh cool das hier ist eine Sackgasse dass ich mich lasst das hier sind das hier ist die